Hallo liebe Zuschauer, alle Infos rund um das Kennerspiel des Jahres. Es geht um Listen, es geht um Nominierungen und es geht insbesondere um die Frage, welches Spiel bzw. welche Spiele haben es nicht auf diese Liste geschafft. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil rund um Kennerspiel des Jahres. Ja, das ist eine komplette Reihe, eine eigene Playlist, da könnt ihr mal reinschauen im ersten Video oder im vergangenen Video, da erfahrt ihr alles rund um den Vereinspiel des Jahres. Und zuletzt habe ich auch die ganzen Spiele euch kurz vorgestellt, die auf der Empfehlungsliste gelandet sind und auf der Nominierungsliste, auch zum Kennerspiel des Jahres. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt da also noch ein Video. Ja, aber ich habe hier eine ganze Liste von Spielen, die es vielleicht auch hätten verdient gehabt, auf so eine Liste zu kommen und wie immer seid ihr herzlich eingeladen zu kommentieren. Und bei den einzelnen Spielen möchte ich natürlich auch nochmal kurz was ergänzen. Ja, kurz zurückschauen, aber wirklich nur kurz möchte ich auf diese Spiele, die auf der Empfehlungsliste gelandet sind. Das ist beispielsweise Mindbug, ja ein sehr interaktives Zwei-Personen-Spiel, was ich euch erst vor ein paar Wochen, je nachdem wann ihr das Video schaut, vorgestellt habe. Oder Council of Shadows, wo ich beim Spiel wirklich positiv überrascht war und was auf jeden Fall vom Einstieg oder vom Anspruch als sehr hoch gilt. Und das habe ich euch auch als Video präsentiert. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, weil insbesondere der Mechanismus hat mich positiv überrascht. Ja, und nominiert bzw. Kandidatin zum möglichen Kennerspiel des Jahres sind ja die drei Spiele. Das erste Spiel ist Challengers. Auch das habe ich euch schon als Video präsentiert, gerade was auch die Spieleanzahl angeht. Den Turniermodus mit den Karten, die man dann ablegt, das hat natürlich auch besondere Kniffe. Oder das Spiel Iki, ein schönes interaktives Spiel, hat uns in den Runden auch positiv überrascht. Ich glaube, da kommt zum späteren Zeitpunkt auch noch eine Erweiterung und da könnt ihr auch in das Video reinschauen, da erkläre ich euch auch die Abläufe. Und das Fazit und Planet Unknown, ja auch erst vor ein paar Tagen, paar Wochen, je nachdem wann ihr das Video schaut, auch da habe ich euch das Spiel vorgestellt und meine Meinung dazu gegeben. Das heißt, zu allen Spielen findet ihr auf jeden Fall das passende Video. Jetzt stellt sich die Frage, was fehlt denn? Und ich habe hier einige Spiele und die möchte ich in Kürze euch zeigen, auch mit Bildern einblenden, weil sonst wird es wahrscheinlich in der Kürze der Zeit den Rahmen sprengen. Und eines der Spiele, was auch von Freunden genannt wurde, ist, Mensch Village, Big Box, das ist doch ein super Spiel, das wäre doch sicherlich auch was für die Liste. Ja, Village ist quasi eine Neuauflage, neu illustriert, jetzt in einer Big Box, ist also jetzt kein neues Spiel in dem Gewand. Ich weiß auch gar nicht, ob die Anzahl, die Boxen, ob die limitiert sind auf eine gewisse Grenze. Und das sind ja alles Punkte, die dann gegen so einen Preis bzw. so eine Empfehlungsliste springen. Also das Spiel ist definitiv raus. Und was ist eigentlich mit Wanderlust? Wanderlust Game Factory ab 10 Jahre, also ein gehobenes Familienspiel, geht also Richtung Kennerspiel. Ja, das Spiel stelle ich euch noch vor, je nachdem natürlich immer, wann ihr dieses Video schaut, dann ist das auch schon online. Und Wanderlust ist ja für zwei bis vier Personen, hat ein Deckbaumechanismus und hat natürlich die Möglichkeit, zu weiteren Boxen zu gelangen bzw. das Spiel sehr variabel zu gestalten. Und der eine oder andere vergleicht es beispielsweise auch gerne mit einem Spiel wie Dominion, was das Nehmen von Karten dann angeht. Aber das Laufen, das Wandern, das spielt natürlich noch eine wichtige Rolle. Aber aus meiner Sicht ist es kein Kandidat für so eine Liste. Ja, aber spaßig, gesellig, das ist ja durchaus wichtig in der heutigen Zeit. Und Vize Kraken, der eine oder andere, erinnert sich insbesondere auf Messen. Die Tische waren immer voll bei Fun-Tates, das Spiel wurde hoch und runter gespielt, gerade weil es für fünf bis elf Personen gedacht ist. Ja, vielleicht ist es ja auch wirklich nur ein Spiel, wo man sehr viele Personen sein muss. Und vielleicht fällt es dann wieder raus, weil es dann ein gewisses Problem darstellt, weil der eine oder andere möchte ein Spiel, wo auf einer Kennerspielliste ist, auch bereits mit drei, vier Personen dann spielen. Und hier sollten es mindestens fünf Personen sein. Tendenz sogar, je nachdem, mehr Personen am Tisch sein. Ein wunderschönes, geselliges Spielchen, schaut es euch mal an. Ab zwölf Jahren steht hier dabei, wo alle quasi im selben Boot sitzen, verschiedene Richtungen navigieren. Die loyalen Segler wollen das Schiff sicher ans Festland bringen, während die Piraten sich danach sehen, das Schiff heimlich in das Bermuda-Dreieb zu manövrieren. Also ein so durchaus verrücktes Spiel mit Karten, die man verdeckt dann platziert, beziehungsweise verdeckt gezogen werden, wo man auch eine verdeckte Rolle dann spielt. Hoffentlich bis zum Spielende. Teilweise wird es schon vorher klar, wer welche Rolle einnimmt. Schaut es euch mal an. Auch ein tolles Spiel. Oltre, ja, Oltre war für viele auch durchaus ein Kandidat, wo man sagt, zumindest auf der Empfehlungsliste, weil solche Abenteuerspiele, kooperativen Abenteuerspiele, und das Spiel ist ja vom Board Game Box für zwei bis vier Personen ab zehn Jahre. Das passt doch. Und gerade wenn man sagt, ja, man muss verschiedene Entscheidungen treffen im Spiel, Ressourcen sammeln, die Burg verstärken, so ein Power-Defense-Element, Abenteuer erleben durch unterschiedliche Geschichten, die auch ineinander variieren und verschachtelt sind, die man also auch nochmal spielen kann, weil die Szenarien sind auch sehr abwechslungsreich und wo auch wirklich eine große Box ist. Und ich habe es auch damals hochgelobt. Damals im Oktober, glaube ich, habe ich euch das Spiel vorgestellt. Oktober 2022. Und das wäre vielleicht sicherlich ein Spiel gewesen, wo man zumindest auf so eine Liste hätte setzen können. Mir gefällt es, uns gefällt es nach wie vor. Das hat uns positiv überrascht, das Spiel. Gerade, weil es in unterschiedlichen Gruppen auch sehr gut ankam. Stellt sich immer die Frage, warum ist das jetzt rausgefallen? Ist das jetzt von den Abenteuern zu ähnlich vielleicht? Ist das eine gewisse Einstiegshürde, die man hat? Ist es schwierig, reinzukommen in das Spiel? Ihr könnt gerne mal in das damalige Video reinschauen. Ich finde es ein tolles Abenteuerspiel. Also wer da so ein kooperatives Spiel dann sucht, schaut gerne erstmal in das Video rein und holt es euch vielleicht. Weil das macht Spaß, gerade mit diesen Chroniken. So heißt, neue Herausforderungen zu sehen. Und man hat sogar unterschiedliche Charakter. Ein Charakter wurde sogar nochmal angepasst im Nachgang, weil der ein oder andere hat ihn ein bisschen stärker empfunden. Da hat sogar der Verlag nochmal nachjustiert. Also man merkt, da ist der Verlag auch auf der Hut. Gut, aber Old Trae ist ein tolles Spiel. Das war für mich schon eine kleine Überraschung, dass man so ein Spiel beispielsweise nicht auf eine Empfehlungsliste bringt. Aber man merkt, und da kommen noch einige Spiele, das ist ein sehr guter Jahrgang. Gerade was Kennerspiele angeht, ein sehr guter Jahrgang. Und was ist eigentlich mit Stefan Feld? City Collection, Marrakesch. Mensch, Marrakesch. Man hat eine Deluxe-Vertion, man hat eine Standardbox, man hat sogar jetzt so eine klassische Box. Das heißt, auch das Preisniveau ist gefallen. Ja, und denkt vielleicht an meine Worte. Der eine oder andere hat ja das Video gesehen rund um den Vereinspiel des Jahres. Und da habe ich ja über einen Punkt ein bisschen gemeckert. Und das war Kennerspiel, Expertenspiel. Und Marrakesch geht sicherlich in den Expertenspielbereich dann rein. Und ich habe ja gesagt, Mensch, Kennerspiel sind Kennerspiele. Die Experten haben ihren eigenen Bereich. Die kennen Marrakesch sowieso schon. Die brauchen so ein Spiel gar nicht auf der Liste, weil das eh schon überall bekannt ist. Und ich denke, daraufhin hat man vielleicht auch Marrakesch rausgenommen. Vielleicht hat man sich entzündet, dass man sagt, okay, wir besinnen uns wirklich nur auf die Kennerspiele. Ich weiß es nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein Punkt, der denkbar ist. Marrakesch von Queen Games. Auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Zählt sicherlich zu dem besten Spiel vom Stefan Feld. Ja, und Woodcraft. Mensch, Woodcraft wäre doch auch was. Ja, Woodcraft ist aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr gehypt worden. Ende 2022 schon. Ich habe ein Video daraufhin auch gemacht. Legt auch schon ein paar Monate zurück, wo ich kritisch das Spiel beäuge. Pegasus Spiele, Delicious Games, der Verlag. Aber das ist für mich und der Verlag schreibt es auch direkt drauf. Es ist ein Expertenspiel. Und damit ist es aus meiner Sicht auch raus, was das Kennerspielniveau angeht. Ja, man hätte es ja auf eine Empfehlung bringen können. Ja, aber es ist immer noch der Bereich Kennerspiel. Und deswegen, ihr merkt, gefällt mir die Liste, wie man sie jetzt auch gestaltet hat aufgrund des Anspruchs der Spiele. Sehr gutes, schwieriges Spiel ist Council of Shadows mit einem Anspruch von sehr hoch, laut Vorsitzenden der Jury-Spiel des Jahres. Und Woodcraft für 1 bis 4 Personen ab 14 Jahre steht hier auch nochmal drauf. Das ist aus meiner Sicht dann raus. Wobei, ich glaube, auf dem Cover steht sogar 12 Jahre drauf bei Pegasus Spiele. Ein interessantes Spiel, aber das ist mir doch ein bisschen zu sehr gehypt worden. Viele mögen es. Ich finde es ein gutes Spiel, aber hypen würde ich es auf keinen Fall. Ja, ganz witzig, ich habe hier auch ein Spiel drauf, das hat den Sonderpreis bekommen. Und das hätte ich auf eine Kennerspielliste gesetzt. Gegebenenfalls schwankt es zwischen Kennerspiel und Spiel des Jahres in gewisser Richtung. Weil Unlock, die Reihe, die hype ich ja ohne Ende. Das wisst ihr, über die vergangenen Jahre immer wieder Unlock. Oh, der Jörg und seinen Unlock. Schon wieder hat er eine Empfehlung. Schon wieder stellt er die nächste Box vor. Ja, mir macht es Spaß. Ich weiß. Und muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Aber Unlock quasi auch die Game-Adventure-Reihe, die hat einen Sonderpreis bekommen. Und ich habe es hier sogar auf der Liste gehabt, dass man es auch als Empfehlung dann reinbringt. Die Jury hat es als Sonderpreis gesehen. Da kann ich nur gratulieren. Das Spiel hat es absolut verdient. Da gibt es so viele Boxen. Schaut es euch mal an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, Powerplans. Ja, Powerplans. Skelly Games. Das wäre doch sicherlich auch ein Spiel für 1 bis 5 Personen. Ab 8 Jahre steht hier drauf. Ja, 8 Jahre, Jörg. Das ist doch dann eher Spiel des Jahres. Nicht Kennerspiel des Jahres. Nein. Es ist vom Einstieg einfach. Aber es hat eine enorme Spieltiefe. Weil wir sind hier Zauberer, platzieren Pflanzen und Feen in einem Zaubergarten. Und damit müssen wir im Zug entscheiden, ob wir neue Pflanzen im Garten anpflanzen. Dadurch eine starke Aktion nutzen. Da gibt es auch Übersichten. Das ist unglaublich variabel. Oder ob man bereits bestehende Pflanzen weiter wachsen lässt und dadurch bis 4 schwächere Aktionen nutzen will. Und das hat vom Einstieg, klingt es locker, aber fängt man da mal an, dann merkt man, oha, das ist halt ja ganz schön heftig. Also das hat eine extreme Spieltiefe. Ein Kandidat für eine Empfehlungsliste ist es für mich aber nicht. Der eine oder andere hat ja auch glaube ich das Projekt damals oder das Kickstarter Projekt mit Deluxe Material unterstützt. Mir persönlich reicht das Standard Material. Ihr könnt gerne mal reinschauen in das Video. Es ist ein gutes Spiel, aber da muss man wirklich schauen. Gerade was die Altersangabe angeht. Es ist anspruchsvoller, als man denkt. Und viel zu anspruchsvoll ist aus meiner Sicht, was ich jetzt auch zuletzt gesehen habe, ist Federation aus dem Hause Stroman Games. Ja, Stroman Games ist sowieso schon auf der einen oder anderen Liste vertreten. Aber Federation als aus meiner Sicht ein bisschen zu buntes Strategiespiel, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein Euro-Worker-Placement-Spiel, wo man die Werke auf unterschiedliche Art und Weise dann einsetzt, wo Timing und Ressourcen eine große Rolle spielen. Das ist aus meiner Sicht dann wieder vom Anspruch etwas zu hoch. Viele mögen es, viele lieben es, aber das geht mir doch zu weit. Und das nächste Spiel ist für mich auch wieder zu hoch gesetzt, auch was den Anspruch angeht. Nichts für eine Empfehlungsliste bzw. für ein Kennerspiel-Jahrgang Endless Winter. Pegasus-Spiele, 1-4 Personen ab 12 Jahre. Da kann man richtig tief in das Spiel einsteigen. Wobei der Verlag Pegasus bezeichnet es auf dem Cover auch als Kennerspiel. Also nicht so anspruchsvoll. Aber das hat so eine unglaubliche Spieltiefe durchaus. Das wäre aus meiner Sicht dann schon wieder rausgefallen. Ist nur meine Meinung dazu. Ich bin natürlich sehr auf eure Meinung gespannt. Discordia, Iron Games, kleiner Verlag, warum nicht auf so eine Liste dann bringen? War für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen überraschend. Und dazu, teilweise kommen ja auch noch Videos zu den Spielen. Teilweise habe ich auch schon Videos online. Für 1-4 Personen, 12, ab 12 Jahre. Und hier entwickelt man seine eigene Stadt durch den Bau von Farmen, Kasernen, Türmen, Häfen und Märkten. So wie dem Schiffshandel. Ein sehr beliebtes Spiel. Ich glaube, da kommt sogar noch eine Erweiterung raus, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. War auch auf der Messe damals in Essen, wo es veröffentlicht war, sehr beliebt. Aber ist vielleicht aus unterschiedlichen Gründen vielleicht auch durch das Raster gefallen. Wie gesagt, da kann man natürlich bei einzelnen Spielen sehr viel spekulieren. Das nächste Spiel, Flammkraft oder Flamekraft, Asmodee, hat vielleicht der eine oder andere auch auf dem Schirm gehabt. 1-5 Personen, 12 Jahre, richtig schön. Ein Dracheneinsatzspiel mit vielen Karten, aber viele Karten sind auch identisch. Wo man dann quasi Karten dann vor sich hat, wo man so eine Art Engine-Building-Mechanismus dann hat. Ja, ich fand's okay. Aber die Begeisterung hielt sich bei mir ein bisschen in Grenzen, was dieses Spiel angeht. Und da war mir der Hype dann doch ein bisschen zu hoch, auch an dieser Stelle. Und da habe ich auch damals ein Video gemacht. Ich bin eher auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Aber das ist ein Spiel, wo viele auch gerne spielen mit Jüngeren, also mit Kindern, Jugendlichen, die auch schon daheim sehr viel spielen, sehr viele Familienspiele kennen, die einfach sagen, da ist es durchaus eine Zielgruppe, wie man spielen kann. Aber in reinen Erwachsenenrunden, da kam es bei uns dann doch nicht so gut an. Es ist ein solides Spiel, aber die Begeisterung, der Wiederspielreiz hält sich in Grenzen. Wie wäre es denn mit Evergreen? Ja, Evergreen stimmt. Horrible Guild bzw. Heidelberg Games, das ist ja auch ein Spiel. Eins bis vier Personen, acht Jahre. Tendenz durchaus für ein etwas anspruchsvolleres Familienspiel. Und deswegen habe ich es auf die Liste gesetzt. Man versucht, seine Bäume nah beieinander zu halten, um Punkte zu dem größten Wald zu bekommen. Aber du willst auch, dass deine Bäume so viel Licht wie möglich sammeln, ohne sich gegenseitig zu beschatten. Ja, das erinnert an ein oder andere an ein Photosyntheses. Ich habe beide Spiele vorgestellt. Auch hier Evergreen wunderschön gemacht vom Material, wirkte ein bisschen abstrakt, aber durch das Einsetzen der Bäume, durch das Wandern der Sonne richtig gut gemacht. Aber mittlerweile habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich fast immer ähnlich spiele. Von den Möglichkeiten, von den Karten versucht man zu agieren. Aber ich erwische mich jedes Mal, dass ich ähnlich spiele. Sodass auch hier der Wiederspielreiz quasi am Anfang vorhanden ist. Aber man muss das ja auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Und das Spiel ist durchaus ein gutes Spiel. Der eine oder andere hat es ja daheim und fühlt sich wohl mit dem Spiel. Wir spielen aber auch sehr viel und haben das wirklich so, so oft gespielt. Aber das hat sich schon gelohnt. Aber ich glaube, für eine Liste in der Form hat es nicht gereicht. Und was ist eigentlich mit Caldera Park? Ich habe jetzt gerade nochmal auf der Seite schauen müssen. Savannah Park, das ist ja auch ein beliebtes Spiel. Savannah Park hat mir ein bisschen besser gefallen als Caldera Park. Es wird sogar als Familie tituliert. Ab acht Jahre ist aus meiner Erfahrung heraus sogar ein Tick anspruchsvoller. Wenn ihr ein gängiges Spiel für die Familie holen wollt, dann holt euch Savannah Park Deep Print Games. Es hat ja auch quasi so eine Nature-Reihe. Und Caldera Park ist der Nachfolger. Aber ja, die Begeisterung, der Wiederspielreiz war gewissermaßen da. Aber wenn ich die Wahl habe, dann greife ich dann doch eher zu Savannah Park. Also ich denke, da ist das Spiel auch durchs Raster gefallen. Und unfair. Was wie unfair? Ja, unfair. Ein unfaires Spiel. Ein fieses Freizeitpark-Spiel. Ich weiß nicht, habe ich das euch schon präsentiert. Ansonsten da kommt noch das eine oder andere. Für zwei bis fünf Personen. Zehn bis ab zehn Jahre. Und ja, wir versuchen natürlich einzusteigen in dieses Freizeitpark-Aufbauspiel. Wir erleben hier unterschiedliche Dinge und wir sind großer Freizeitpark-Fan. Aber vielleicht ist das Thema auch wieder in dieser Art und Weise zu speziell, zu gemein, zu wenig gepickt mit Wiederspielreiz. Ich glaube, das Spiel hat es in der Form dann einfach auch ein bisschen zu schwer. Uh, Starship-Captain. Wow, das ist doch das coole Spiel. Ja, der Jürgen Science-Fiction. Ihr wisst ja aber, das Spiel, das hat mich ja positiv angetan. Mit diesen Personen, die man dann immer auf seinem eigenen Bereich dann setzt, die sich immer weiter schieben, die unterschiedliche Aktionen ausführen. Gerade der Mechanismus ist ja gut gemacht. Zwei bis vier Personen ab zwölf Jahre. Und da geht es natürlich um, ja, wie soll man sagen, um ein Euro-Game mit Engine-Building und Aktionsauswahl. Das wollte ich sagen. Und das hat ja auch einiges zu bieten. Aber es ist ein gutes Spiel. Aber ich glaube, um es jetzt auf so eine Empfehlungsliste zu halten, war es dann vielleicht nicht gut genug. Ich wiederhole mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ich wollte mich aber kurz fassen. Sonst würde es das vielleicht den Rahmen sprengen. Das nächste würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, wenn ich da ein bisschen zu viel sage. Weil Darwins Journey, das ist vielleicht eher ein Spiel, wo man sagt, ja, nein, da sind wir im Expertenniveau. Gebe ich euch recht. Viele haben das Spiel dann eher sogar Richtung Deutschen Spielepreis gesehen. Und wenn ich nur sage, Simon Luciano, ja, dann klingelt es bei dem einen. Da sind wir auf jeden Fall im Expertenspielbereich. Nestor Mangon, der zweite Autor, ein Werker-Placement-Euro-Spiel, bei dem die Spieler an Charles Darwins Erinnerungen an seinen Abenteuer auf den Galapagos-Inseln teilhaben und Zeugen der Entwicklung seiner Evolutionstheorie sind. Da sind wir raus beim Kennerspiel. Da geht es auf jeden Fall Richtung Expertenspiel. Oh, Planet B, Hans im Glück. Mensch, Hans im Glück schaut man sich doch immer an. Das ist doch durchaus immer so ein Kandidat auch für ein Kennerspiel. Nein, dieses Mal nicht. Vielleicht die Art und Weise ist auch ein bisschen zu speziell. Der Humor der Karten, der in diesem Spiel vorkommt, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen zu speziell. Sorgt vielleicht für zu viele Diskussionen. Und der Wahlmechanismus in diesem Spiel, ja, der ist durchaus innovativ und besonders. Aber aufgrund dieser Ecken und Kanten, die das Spiel hat, sorgt es dann eher für Diskussionsbedarf. Auch was vielleicht eine Erklärung bedarf, wenn es auf so einer Empfehlungsliste angeht. Aber durchaus ein Spiel, wo man sich anschaut, gerade wenn es aus dem Hause Hans im Glück, Vertrieb über Asmodier kommt. Zwei bis vier Personen, 14 Jahre steht hier dabei. So anspruchsvoll ist es gar nicht. Also ich war da relativ zügig drin im Spiel. Ich habe es euch auch erklärt in einem Video. Da könnt ihr es mal anschauen. Da steht es. Distilled. Nein, ich rede nicht von Scarface. Das wäre auf jeden Fall raus. Aber Distilled wäre vielleicht auch so ein Kandidat. Ja, Distilled. Giant Rock. Eins bis fünf Personen. 14 Jahre. Sehr erfolgreich. Also zumindest bei uns. Wir spielen es gerne, wenn es um hochprozentiges Spielen geht. Als Strategiespiel. Hochthematisch mittelgewichtiges Eurogame. Für eins bis fünf Personen. Etwas zu hoch. Etwas zu hoch. Große Box. Hat natürlich auch seinen Preis. Übrigens immer so ein beliebtes Thema. Gerade im Kennerspielbereich. Aber da steckt einiges in der Box dann drin. Man braucht nicht alles. Es gibt sogar eine Erweiterung. Vielleicht zeige ich die euch zu einem späteren Zeitpunkt mal. Aber das ist ein sehr beliebtes Spiel. Steht nicht ohne Grund hier hinten auf der Seite. Weil wir mögen das. Aber es ist einfach zu hoch. Es ist beim Anspruchsniveau zu hoch. Hat tolle Mechanismen mit den Karten, wie man wählt. Wie man die Spirituosen wählt. Sehr variabel. Immer auch von dem Anfangstableau wechselt es sich ab. Tolles Spiel. Oh, Klong. Nein, nicht das klassische Klong. Sondern Klong. Katakomben. Jetzt mit Plättchen. Den Spielplan hat man zusammengeschnitten. Ich übertreibe jetzt. Wann hat jetzt nur noch Plättchen. Und diese Plättchen, die legt man. Und da quasi versucht man Gold zu sammeln. Effektiv Gold zu sammeln. Dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu ärgern. Aber man muss natürlich auf sein Leben schauen. Auf Klong muss man achten. Auf den Drachen muss man achten. Und viele finden es sogar besser als das klassische Klong von damals. Ich bleibe beim klassischen Klong. Mich hat Klong-Katakomben jetzt nicht zu 100% überzeugt. Das liegt aber auch daran. Daran muss man auch ergänzend dazu sagen. Ich habe Klong, das klassische Klong, mit allen Erweiterungsplänen. Ich habe meinen variablen Bedarf gedeckt. So will ich es jetzt einfach mal nennen. Aber wer jetzt Klong noch nicht hat und überlegt sich es. Der tendiert vielleicht dann doch eher zu den Plättchen. Um da jedes Mal einen anderen Spielplan zu haben. Das hat aber auch, was die Spielweise angeht, Vor- und Nachteile. Und auch dazu habe ich im Video Stellung gezogen. Aber das fliegt für mich raus. Northgard. Oh, wir sind beim Zeitraub. Ich glaube, Northgard ist sogar nach der Einreichung. Und die ist ja immer so Ende März. Ist, glaube ich, dann erst erschienen. Also zu spät. Na, vielleicht wäre es ein Kandidat für nächstes Jahr. Schauen wir einfach mal. Also da sind durchaus, ich glaube, da kommt sogar das ein oder andere Spiel, wo man sagt, das wäre was für nächstes Jahr. Aber vielleicht ist Northgard ja gar nicht mehr in aller Munde. In einem Jahr. Übrigens der Verlag Board Game Box. Dass man es auf so eine Liste setzt. Naja, das hängt auch ein bisschen vom Verlag ab. Was man tut für so ein Spiel. Und wie bleibt das Spiel in aller Munde? Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Ich habe es euch ja gezeigt. Und ja, damit es auch in aller Munde bleibt, gibt es da auch Erweiterungen. Und je nach Zeitpunkt werde ich es euch auch sicherlich in irgendeiner Form auch nochmal zeigen. Wenn da die Erweiterungen rausgehen. Weil das Spiel muss in aller Munde bleiben. Das muss natürlich im Gespräch bleiben. Und es ist ja ein gutes, aber sehr interaktives Spiel. Vielleicht eben unter anderem zu interaktiv. Ja, und ich habe ja gesagt, wenn das jetzt euch zu interaktiv ist, dass man so viel zu sehr aufeinandertrefft, dann holt euch eher, wenn wir schon bei Board Game Box sind, Old Trae. Ach, das war das kooperative Abenteuerspiel. Ja, da seid ihr gemeinsam am Werk. Bei Northgard, Uncharted Lands, da spielt ihr halt ein bisschen gegeneinander. Zwei bis fünf Personen ab 13 Jahre. Das ist so ein Spiel, ich glaube, das ist auch durchs Raster gefallen, was den Zeitraum der Veröffentlichung angeht. Und Uncharted bzw. Northgard basiert ja auf dem Universum des Videospiels Northgard. Das habe ich noch nicht gespielt. Ein Eroberungs- und Erkundungsspiel. Aber richtig gut gemacht. Kurze Spielzeit. Aber man muss dieses interaktive Element mögen. Moe Stairo, uh, das wäre das perfekte Spiel für das Kennerspiel. Wo ich das gelesen habe, schon die Regeln gelesen, habe ich gemerkt, uh, da sind wir nicht mehr im Familienspiel. Es ist etwas angehoben. Es ist Kennerniveau. Es ist schön reinzukommen mit den Würfeln, die man platziert, mit der Abfolge, mit den verschiedenen Aktionen. Wunderschön gemacht. Huch der Verlag. Zwei bis vier Personen. Zehn Jahre. Das sind alles Punkte, die sprechen für das klassische Kennerspiel. Aber überzeugt hat es mich dann doch nicht so, dass ich sage, ich war begeistert und ich will sofort eine Partie nach der anderen spielen. Es war okay. Aber es reicht aus meiner Sicht dann wirklich auch nicht für so eine Liste. Dann, oh, Tiwanaku. Oh ja, Sit Down. Immer eine Erwähnung wert. Die machen ein besonderes Spiel. Im Vertrieb über Hutter ist ja das Spiel. Und das habe ich euch auch schon vorgestellt. Eins bis vier Personen. Und da geht es ja um diese Geländeplättchen. Um diese, nicht nur um das Platzieren von Plättchen, sondern um die verdeckten Informationen. Das heißt, die Größe der Region spielt eine Rolle. Aber auch die Pflanzen, die Kulturpflanzen, wo man schauen muss, in welcher Anzahl, wo können die sein. Und auch dann mit diesem Element, wo man die geheimen Informationen dann gelüftet bekommt und weiß, was sich auf der jeweiligen Position befindet. Ja, ich habe ein Video dazu gemacht. Das ist schwer zu erklären. Je nachdem das eine oder andere Bild. Oder schaut in das Video rein. Bei vielen war aber dann, wenn sie viele Level gespielt haben und es sehr variabel und es hat ja auch sehr viele Pläne, ein bisschen die Luft raus. Aus meiner Sicht ein gutes Spiel, aber kein Spiel, wo ich jetzt beispielsweise auch auf so eine Liste gesetzt habe. Teletum wäre so eher so ein Spiel gewesen von Giant Rock. Aber ja, der Verlag, gerade Giant Rock, ich habe es ja auch zuletzt erwähnt, die haben richtig viele gute Spiele. Und ja, Iki hat es ja eh auf der Liste geschafft. Und da muss man natürlich auch abwägen. Wobei, es dominiert der Spaß. Es können auch mehrere Verlage auf so einer Liste sein, wenn das Spiel Spaß macht. Warum auch nicht? Aber Teletum ist sicherlich ein Spiel als Würfelmanagement-Spiel. Schon was Besonderes, wo die Würfel doppelte Funktionen haben, Ressourcen gewinnen, Aktionen dann ausführen. Das ist gerade mit dem Würfel-Einsetz-Spiel, mit dem Mechanismus auf Kennerniveau. Das ist ja sehr beliebt. Woodcraft ja auch so ein Spiel, wo man mit den Würfelzahlen agiert. Und Teletum ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Aber ein Tick zu anspruchsvoll. Aus meiner Sicht könnte man sagen, das ist jetzt nicht mehr Kennerspiel. Da geht es schon in den Expertenspielbereich rein. Da ist es eher so ein Spiel, wo man vielleicht sogar noch auf eine Empfehlungsliste gesetzt hat. Aber da ist man bei dem Anspruch auf jeden Fall sehr hoch. Vielleicht sogar ein Tick höher. Ich glaube, das waren vielleicht auch Punkte, die dagegen gesprochen haben. Ähnlich sehe ich es auch bei Oros von Board Game Circus. Da ist das Anspruchsniveau auf jeden Fall sehr hoch. Wobei es ist ein innovatives, strategisches Worker-Placement und Plättchenlegespiel. Aber mit einem räumlichen Puzzle-Element. Das heißt, ich habe den Plan, muss aber trotzdem denken, wie sich die Puzzleteile verschieben. Also räumlich. Und das ist schon eine Herausforderung. Und diese Herausforderung konnte nicht jeder bei uns auch in den Gruppen dann annehmen. Dem einen oder anderen war es doch zu anspruchsvoll. Vom Einsetzen einfach too much. Da geht es dann aus meiner Sicht sogar Richtung Expertenspiel. Auch aus meiner Sicht dann auch wieder herausgefallen. No Hunch. Nice Game. Ist doch auch ein tolles Spiel. Gerade wenn es um Gefühle geht, um Vermutungen geht. Drei bis sechs Personen ab zehn Jahre. Gerade wenn es um, man versucht ja durch geschicktes Verwenden von Hinweisen, die anderen dazu bringen, eure geheimen Wörter zu erraten. Das klingt spannend. Aber die Einstiegswörter, die ist gegeben. Und ein gewisser Einstieg ist da. Und das ist mir auch, glaube ich, im Video damals schwer gefallen. Ich habe es versucht, euch an die Abläufe heranzuführen. Ich stelle mich auch gerne solchen Herausforderungen. Das gelingt mir nicht immer. Ich mache auch mal den einen oder anderen Fehler. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist normal. Deswegen sage ich immer, schaut immer dennoch in die Anleitung dann rein. Mir passieren auch Fehler. Alles menschlich. Aber Hansch war aus meiner Sicht dann die Einstiegswörter. Auch was die Anleitung, wie die Struktur, ein bisschen zu anspruchsvoll bei diesem Punkt. Übrigens, die Jury hat ja insbesondere kritisiert, die grafische Darstellung bei einigen Spielen und die redaktionelle Darstellung. Also auch, wie man ein Spiel präsentiert. Wie man die Anleitung schreibt, um reinzukommen. Das wurde an der einen oder anderen Stelle ja auch kritisiert. Oh, warum nicht mit etwas spielen? Finding Atlantis. Ich habe hier übrigens Atlantis. Ich habe hier eine zufällige Auswahl. Ich habe es so einfach jetzt mir notiert über die letzten Tage, Wochen. Aber Hypergames, Finding Atlantis ist doch auch ein super Spiel. Eins bis vier Personen, zwölf Jahre. Man hat seinen Sichtschirm. Man hat vor sich praktisch den Plan, wo man taucht, um Atlantis zu finden. Und ja, das Handy oder das Tablet spielt eine große Rolle, um natürlich auch hier gewisse Aktionen mit QR-Code, ausgestattet, Dinge herauszufinden. Ja, ungeheuer hungrig ist so ein Spiel für die Familie. Aber Atlantis, Finding Atlantis ist vielleicht auch ein Spiel gewesen für so eine Empfehlungsliste, weil es besonders ist. Vielleicht lag es ein bisschen auch am Wiederspielreiz. Ich finde es nach wie vor gut. Gerade meine Kinder spielen es auch gerne mit Freunden, weil es natürlich auch diesen Faktor hat, oh, da ist sogar was mit App dabei. Das ist bei dem einen oder anderen durchaus wichtig. Aber Spiele brauchen jetzt nicht unbedingt eine App. Aber hier bei diesem Spiel, da passt es wirklich perfekt. Es ist ein tolles Spiel. Das ist so ein Geheimtipp. Wenn er sagt, ihr möchtet mal wieder ein bisschen aus der Masse raus, dann schaut euch vielleicht mal das Spiel an. Oder wie wäre es auch mal wieder mit einem kleinen Verlag. Und kleine Verlage, die sollte man nicht unterschätzen. Die haben dann vielleicht eher das Problem, wenn so ein Spiel dann auf eine Liste kommt, was die Produktion dann angeht, den Vertrieb angeht. Ist ja auch eine wichtige Rolle. Und Eolos, ich glaube diesmal spreche ich es richtig aus, von Spiel das, ist so ein Spiel, was mich auch damals im Oktober, wo ich gesagt habe, ja, schönes, nein, kein Familienspiel. Da ist ein schönes Kennerspiel. Und vielleicht ein gutes Kennerspiel. Aber vielleicht reicht das gut nicht aus, um es auch auf so eine Liste zu bekommen. Schöner Mechanismus mit den beiden Karten, die man oben platziert, wo man immer die unterschiedlichen Aktionen dann hat mit dem Spielplan. Und auch, was die Spieleranzahl angeht, für zwei bis vier Personen hat man es gut gemacht. Und als leichtes Kennerspiel wird es auch vom Verlag dann tituliert. Aber als gutes Spiel, gut reicht aber. Und ihr merkt ja, das ist eine starke Konkurrenz. Die reicht vielleicht nicht aus. Ja, ein Spiel, das hatte ich sogar auf der Liste und habe gedacht, hm, das wäre vielleicht auch eine Überraschung. Das wäre eine Überraschung vielleicht, jetzt nicht unbedingt für mich, aber für viele, die das Spiel schon vergessen haben. Die Rede ist nämlich von First Rat aus dem Hause Pegasus-Spieler. Ach ja, ja, das haben viele letztes Jahr auf der Liste gesehen, aber es war wieder der Zeitpunkt. Es kam dann, glaube ich, einen Tick zu spät raus zur Einreichung. Wenn ich jetzt da irgendwie falsch liege, dann korrigiert mich gerne. Wenn der eine oder andere sagt, ja, das stimmt, das weiß ich besser, dann dürft ihr mich gerne korrigieren. Aber das kam, glaube ich, einen Tick zu spät raus. Das sind ja keine Glückselemente bei diesem Familien-Kennerspiel. Der Verlag hat, glaube ich, gar keine Angabe dazu gemacht. Das erinnert so ein bisschen an das Leiterspiel, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Schön gemacht natürlich. Ein gutes Spiel, nichts für Experten, aber das passt wieder in den Kennerspielbereich rein. Das hätte ich durchaus als Empfehlung gesehen. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, es werden so viele Spiele veröffentlicht. Wenn das Spiel schon nach ein paar Monaten immer in aller Munde ist und vielleicht auch bei uns im Kreise nicht mehr so die große Erwähnung erfindet, dann ist das Spiel schnell raus. Und jetzt ein Jahr später so ein Spiel auf die Empfehlungsliste zu setzen, das hätte sicherlich den einen oder anderen auch ein bisschen verwundert. Aber warum nicht? Der Zeitraum ist auf jeden Fall gegeben. Und das wäre sicherlich eine Überraschung gewesen. Ja, ich erwähne es immer. Ich erwähne es jedes Jahr. Ja, weil jedes Jahr neue Erweiterungen rauskommen. Vielleicht bekommt es ja irgendwann mal einen Sonderpreis, weil dieses Spiel aus dem Pause-Pegasus-Spiel ist das klassische Kennerspiel. Und es ist momentan eines unserer Lieblingsspiele, wo wir gerne absolvieren, wenn euch Everdell ab zwölf Jahren ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Es gibt ja mittlerweile auch das Familienspiel, My Little Everdell. Da habt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Spiel. Und das ist echt toll. Das macht richtig Spaß, lebhafte Charaktere zu treffen, Events zu veranstalten. Es geht um Anführer oder der Waldbewohner, die quasi hier, ja, wie soll ich sagen, Karten ausspielen, Aktion der Karten dann nutzen. Es geht um Ressourcenmanagement, es geht um neue Karten, es geht um Punkte. Aber das überknacke ich, in einem gewissen Raster zu spielen. Tolles Spiel. Ich mag es, ich mag es nach wie vor. Ich finde es immer wieder Erwähnung. Oh, Terraforming Mars. Moment, Terraforming Mars. Das war doch schon eine Liste. Ja, Ares Expedition ist ja nur ein Ableger. Und ich glaube, als Ableger hat es auch so ein Spiel dann schwer, dass man es dann auch so eine Liste dann hievt. Viele spielen das gerne von euch. Vorgestellt habe ich es noch gar nicht, aber ich bleibe lieber beim klassischen Terraforming Mars. Oh, Jörg, das ist so umfangreich. Bis man das aufgebaut hat, dann bleibe ich doch lieber beim kleinen Spiel. Naja, wenn man aus jedem großen Spiel ein kleines Spiel macht, aber es hängt auch ein bisschen am Zeitfaktor zusammen. Nicht jeder ist so spielverrückt wie ich und spielt fast jeden Tag. Das muss man dann auch ein bisschen einklammern, wie man die Zeit hat. Und viele greifen dann eher zum kleinen Terraforming Mars. Das ist Ares Expedition. Aber sicherlich ein gutes Spiel, aber kein Spiel, oder es ist ein gutes Spiel, aber kein Spiel für so eine Liste. Das nächste trifft es auch so, weil Pandemic, das ist schon in aller Munde, aber ein richtig gutes Pandemic, wenn man dieser Star Wars, in diesem Star Wars Bereich sich richtig wohl fühlt. Ja, da bin ich eigentlich quasi raus. Aber ich wollte es unbedingt erwähnen, weil Star Wars The Clone Wars ist ein richtig gutes Pandemic Spiel. Sehr variabel und wenn man Pandemic mag und auch die Welt von Star Wars mag, ja, Pandemic, das hat schon so viele Jahre auf dem Buckel. Ja, das Spiel ist raus für so eine Liste. Aber es ist ein richtig gutes Spiel. Und vielleicht habt ihr mal wieder Lust auf Pandemie, Pandemic, also als Spiel Pandemic. Und das ist ja richtig gut, als kooperatives Spiel. Und da wäre es sicherlich auf jeden Fall eine Option, weil es auch sehr variabel ist, auch mit kleinen Miniaturen ausgestattet. Seaman Games, Vertrieb über Asmodee. Mensch, das perfekte Kennerspiel schlechthin. Terra Mystica. Nein, Terra Mystica ist ein Expertenspiel. Ich rede von Terra Nova. Cosmos, der Verlag. Ja, vielleicht ein bisschen zu stark angelehnt. Fragt sich, brauche ich ein Terra Nova, wenn hier oben schon die ganzen Boxen und die Erweiterung stehen? Ja, wir spielen auch sehr viele Expertenspiele, aber es darf auch ein Punkt niedriger sein. Aber brauche ich dann ein Terra Nova? Dann erkläre ich noch zwei Regeln mehr, dann bin ich schon bei diesem Spiel hier oben. Warum? Etc. Das Spiel hätte sicherlich eingeschlagen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen aus Fokus verschwunden, weil es sich dann doch zu sehr anlehnt an das klassische Spiel. Aber da kommt ja auch nochmal ein neues Spiel. Aber Terra Nova für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahre ist auf jeden Fall eine schöne Idee, so ein Spiel herunterzubrechen. Aber es reicht aus meiner Sicht jetzt nicht und wäre sicherlich eine Überraschung gewesen. Deswegen kein Spiel, was ich da jetzt gesehen hätte auf der Liste. Ein Spiel, was man durchaus auf so einer Liste gesehen hat und gerade bei uns im Freundeskreis, wo wir es auch sehr oft gespielt haben, war Etiwa. Etiwa geschrieben, Etiwa, spricht man es aus, ein Uwe Rosenberg-Spiel und ein richtig gutes Kennerspiel, Lookout-Spiele. Schaut es euch mal an. Und viele haben gesagt, ja, ich spiele gerne Caverna, ich spiele auch gerne Agricola, aber Etiwa ist dann doch noch ein bisschen anders und da fühle ich mich auch richtig wohl. Und das macht Spaß, gerade als herausforderndes Worker-Placement-Spiel mit Ressourcen-Management ist es ein Spiel, wo viele Kenner sicherlich anspricht, wo es ein klassisches Kennerspiel ist für eins bis vier Personen zwölf Jahre. Aber vielleicht war auch die Nähe zu den anderen, jetzt vielen beispielsweise genannten Spiele zu ähnlich dann, dass man das einfach rausgenommen hat. Ein Wiederspielreiz ist auf jeden Fall gegeben. Viele Freunde bekannten Spiels nach wie vor, haben sich es nach unseren Partien auch sogar im Anschluss geholt, weil sie sagen, wow, das war ein richtig gutes Spiel. Hätte ich mir durchaus vorgestellt, wäre auch meiner Sicht sicherlich ein Spiel gewesen, wo man jetzt nicht unbedingt als Nominierung, aber als Empfehlung hätte reinpacken können. Dann hilft man auch andere ältere Spiele wie das klassische, das seht ihr jetzt auch im Hintergrund, Agricola, was wir immer wieder gerne spielen, vielleicht auch nochmal ein bisschen hoch, weil es einfach sehr beliebt ist. Es sind richtig gute Spiele. Etiwar, wer es noch nicht kennt, schaut gerne mal in das Video rein. Ja, aber der Jury-Spiel des Jahres, das ist ja auch wichtig, dass man innovative Spiele wie Spaceship Unity würdigt. Ja, mit Spaceship Unity, ich habe das Spiel noch nicht vorgestellt. Ich glaube, ich werde es aber zum jetzt kurzen, ja, ich werde es, in irgendeiner Form werde ich es euch auf jeden Fall noch vorstellen, weil das ist wirklich das innovative Spiel schlechthin im Jahrgang. 2022, 2023, viele liebe Grüße gehen jetzt auch mal wieder raus an Jens Merkel und Ulrich Blum. Übrigens alle, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnt habe. Normalerweise nennt man ja auch immer wieder die Autoren und was jetzt da dazugehört. Aber das ist ein richtig besonderes Spiel, innovatives Spiel. Man nutzt nämlich die ganze Wohnung, den ganzen Raum, das ganze Haus, um zu spielen. Man nutzt den Staubsauger und man braucht die richtige Spielgruppe. Da hapert es bei uns. Naja, wir mögen jetzt nicht die Spiele, wo man immer aufsteht. Ja, bei Challengers musst du auch aufstehen, ja, aber bei Spaceship Unity, da muss ich schon ein bisschen mehr machen bei dem Spiel und im Haus gewisse Dinge dann erledigen. Also da braucht man auf jeden Fall die richtige Spielgruppe. Aus meiner Sicht auch die richtige Spieleranzahl, damit es zündet. Und natürlich so nach 6 bis 8 Stunden ist man in etwa durch. Und teilweise agiert man aber ein bisschen separat. Man taucht aber in die Geschichte ein. Man kann sie natürlich noch mal spielen, weil es immer alternative Gegebenheiten dann gibt, wo man anabsolvieren kann. Aber ein bisschen zu speziell. Wäre vielleicht was für eine Empfehlungsliste gewesen, aber das Spiel ist zu speziell. Wenn überhaupt, wäre es dann eher Richtung Sonderpreis gegangen. Aber Season 1.1, da geht es ja weiter. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt es zu einem späteren Zeitpunkt. Ähnlich war es bei Pandemic. Pandemie ja auch, dass man erstmal abgewartet hat, wie die Reihe sich entwickelt. Das kann ja auch durchaus passieren. Mind Management. Zwei bis fünf Personen, 13 Jahre, ist doch auch ein richtig gutes Spiel. Ist es nicht das Scotland Yard? Ja, man kann es ein bisschen vergleichen. Es geht ja auch darum, unerkannt zu bleiben, Agenten zu rekrutieren, beziehungsweise zu erleben. Aber es geht schon in einen gewissen Kennerspielbereich. Ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, dieses Hidden Movement Spiel. Aber mit Scotland Yard, ja, das war jetzt eine kleine Ergänzung. Aber es hat dann doch ein bisschen mehr zu bieten. Aber vielleicht auch ein bisschen zu speziell, was das Spiel dann angeht. Korax ist ja der Verlag. Aber da merkt ihr, die haben ja auch sehr viele Spiele. Erde haben viele auf der Liste gehabt. Mensch, Jörg, wo ist Erde? Hätte man das nicht als Empfehlung zumindest aufsetzen können auf das Spiel? Bei Erde bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht vom Zeitraum sogar rausgefallen ist, wo es veröffentlicht wurde. Da ist es schwierig. März, April, der Zeitraum. Ist das jetzt noch drin gewesen? Ist es rausgefallen? Skelle Games weiß sicherlich mehr, ob das Spiel überhaupt noch im Raster gewesen wäre. Viele haben das gesehen als Mischung aus Familienvielspielerspiel. Das heißt, eine Mischung aus beidem Kennerspiel mit den Karten. Aber sehr schön auch gemacht. Ich habe ja auch damals das Projekt unterstützt mit den Matten, wo man die Matten dann bekommt. Sehr variabel mit dem Inlay und unglaublich schnell zu spielen. Aber vielleicht hat es dann doch nicht gereicht in dieser atemberaubenden Tier- und Landschaftswelt, gerade was die Bilder angeht. Aber die Bilder, ja, die sind gut gemacht. Wirklich wunderschön gemacht. Aber ich konzentriere mich weniger auf die Bilder, groß gar nicht auf die Bilder. So schön das gestaltet ist. Ich konzentriere mich eigentlich nur noch auf die Symbole, was das Symbol dann anzeigt, wie ich tauschen kann, wie ich Karten bekomme, wie ich Karten in meinen Raster bekomme, wo ich sie dann platziere, um Punkte zu machen. Vielleicht zu Anspruch sollen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, dass man sagt, das ist vom Anspruch auf jeden Fall sehr hoch. Die Anleitung super gemacht, aus meiner Sicht, man kommt schlecht rein. Aber das hat auf jeden Fall eine gewisse Spieltiefe, wo man sagt, vielleicht ist es dann auch schon wieder zu viel, too much für so ein Kennerspiel, beziehungsweise für so eine Liste. Und die Wölfe ist auch so ein Spiel, aber ich glaube auch, die Wölfe ist aus meiner Sicht sogar durchs Raster gefallen, weil es einfach den Zeitraum überschritten hat. Das kam ja eigentlich auch erst jetzt vor ein paar Wochen gefühlt raus, je nachdem, wann da das Video schaut. Richtig schön thematisch umgesetzt. Unglaublich, wie perfekt passen hier die Wölfe zu diesem Spiel, wo man agiert über die Landschaften. Sehr variabel. Auch was die Spieleranzahl angeht, hat man sehr Wert gelegt bei zwei bis fünf Personen, dass es auch austariert ist, was die Spieleranzahl angeht. Schon ein bisschen anspruchsvoll. Kennerniveau hat es aber aus meiner Sicht noch. Aber ich glaube, da ist der Zeitraum, wo man einfach sagt, da ist es durch das Raster gefallen. Oh, Heat. Ja, Heat ist doch auch was. Bekommt man Heat eigentlich überall im Handel oder ist es nur auf gewissen Handeln beschränkt? Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man auf das Spiel zugreifen dann kann. In Essen, damals 2022, erschien es ja nur in einer englischen Version. Jörg, das Spiel ist sprachneutral. Und mittlerweile bekommt man teilweise auch die Anleitung. Die braucht man eigentlich nur in der deutschen Version. Und es gab, glaube ich, eine geringe Aufzahl, nicht in Anzahl, aber nicht überall im Handel, auch in der deutschen Version. Ich glaube, das war auch so der Knackpunkt für das Spiel oder ein K.O.-Kriterium, weil so ein Spiel muss ja auch gewissermaßen verfügbar sein. Ja, und englische Version reicht ja nicht aus. Days of Wonder, der Verlag, wer es sich anschauen will, es geht ja durchaus in Richtung Formula D. Wer der eine oder andere kennt, ja, Formula D war ein Würfel im Spiel, aber bei Heat sind es Karten im Spiel. Vielleicht stelle ich es euch zu einem späteren Zeitpunkt vor. Ein Rennspiel mit mehreren Strecken, das bietet auch die Möglichkeit für viele neue Tableaus und viele neue Karten, wo man agiert, wo man erst einmal mit dem Anfängerregel dann reinkommt. Ähnlich ist es auch bei Formula D. Und wenn ihr dann ein paar Mal gespielt habt, dann könnt ihr auch die Profi-Regeln anwenden, wie ihr die Karten dann spielt, wie ihr die Gänge schaltet, wie ihr mit euren Autos hier diesen Rennkurs dann fährt. Aber ja, da hat es ein bisschen schwer gehabt. Ich denke, das lag sicherlich an der nicht verfügbaren oder nur teilweise verfügbaren deutschen Version. Turing Machine. Jörg, das Spiel fehlt, das muss auf die Liste. Er ist überhaupt schon verfügbar. Ja, in der englischen Version ist es schon länger verfügbar. Damals, Oktober 2022, recht schnell ausverkauft beim Verlag und bei Scorpion Masqué. Und ja, Hoch hat sich gefreut, weil Hoch hat jetzt dieses Spiel. Aber das erscheint noch. Und wann es erscheint, bin ich sehr gespannt. Und dann schaue ich es mir an. Die Zeit habe ich. Ich muss jetzt euch nicht die ganzen englischen Versionen vorstellen. Ich warte bei vielen Spielen erst, bis es in der deutschen Version erscheint. Wir haben so viele Spiele, da braucht man jetzt nicht jeder englischen Version hinterherrennen. Das ist meine Meinung, weil ich habe auch viele Spielgruppen. Da ist es einfach mit dem Englischen schwierig, auch was die jüngeren Mitspieler bei uns am Tisch angeht. Und da warte ich dann doch lieber auf eine deutsche Version. Ja, die gildende erfahrene Händler ist doch auf Deutsch herausgekommen. Scally Games. Uh, kam das jetzt nicht vor kurzem raus. Das ist ein Spiel, wo es sicherlich, oder wo vielleicht eher für nächstes Jahr gedacht ist. Ist es dann nächstes Jahr noch in aller Munde? Das hängt auch ein bisschen vom Verlag ab. Wie viel Werbung wird gemacht? Wo ist es präsent? Ist es auch auf Messen noch präsent? Beispielsweise auf der Spiel in Essen. 2023 wird es da gehypt. Vielleicht schlägt es dann da erst ein. Und man nimmt den Hype dann mit fürs kommenden Jahr. Alles Punkte, die durchaus eine Rolle spielen. Eins bis vier Personen. Und richtig schön gemacht. Das Einzige ist das Klötzchen legen. Der beige Spielplan ist ein bisschen speziell. Aber das Spiel, das suchten wir schon an der einen oder anderen Stelle. Aber da ist für mich der Punkt, dass rausgefallen ist, eher der Zeitraum, weil es damals in der englischen Version erschienen ist. Und jetzt, aus meiner Sicht, zu spät erschienen ist, in einer deutschen Version. Already Set Bet wäre doch auch ein Spiel. Ja, das ist doch dieses Pferdrennen-Spiel mit den Wetten, mit diesem großen Tableau. Ein absolutes Fun-Spiel für zwei bis neun Personen, 14 Jahre. Ja, aber es ist auf Englisch. Das kommt nicht auf so einer Liste drauf. Da warten wir erst einmal auf eine deutsche Version. Ich glaube, bei Stroman Games kommen die sogar raus. Und dann schauen wir mal im Herbst 2023, wenn das Spiel dann in der deutschen Version rauskommt, ob es dann auch noch so beliebt ist. Viele berichten ja durchaus, auf Board Game Geek habe ich gesehen, schon über das Spiel, aber es ist eine englische Version. Das schaue ich mir jetzt erst einmal gar nicht an. Ich habe so viele Spiele und möchte euch so viel vorstellen. Da gibt es noch so viele Spiele in deutschen Version. Da schiebe ich Ready Set Bet etwas nach hinten. AEG, der Verlag, und warte erst einmal auf die deutsche Version. Und vielleicht schafft es dann nächstes Jahr auf so eine Liste. Ah, ja, das Spiel, genau, Tribes of the Wind. Sehr innovativ. Auch ein Spiel, durchaus ein Kandidat. Zwei bis fünf Personen. Raus. Es ist auf Englisch. Es kommt erst noch in der deutschen Version bei Ruch. Das schauen wir dann auch nächstes Jahr. Vielleicht nochmal gemeinsam drauf. Und vielleicht ist es auch ein Kandidat. Hängt aber auch wieder von der Werbung des Verlages ab, wie sehr das Spiel gehypt wird, wie sehr es auch beim Publikum ankommt. Man liest auch bei Board Game Geek, und das ist ja meine Quelle, wo ich mich immer orientiere, schon durchaus von einem erfolgreichen Spiel. Aber jetzt warten wir erst einmal ab. Und dann schaue ich es mir an. Swindler wäre doch auch was. Oh, tolle Box. Richtig gut. Ein absoluter Hingucker. Pegasus Spiele. Zwei bis vier Personen. Ab zehn Jahre. Und es geht um die reichen Zecke, denen an den Kragen, beziehungsweise an den Geldbeutel zu gehen. Richtig schön reinzukommen. Aber was das Ende angeht, hat so eine gewisse Endlosschleife. Also da fühle ich mich jetzt hundertprozentig wohl bei diesem Spiel. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Aber das waren Punkte, die eher gegen das Spiel und gegen so eine Liste, was jetzt Kennerspiel des Jahres dann spricht. Unglaublich. Sorry. Ich habe so viele Spiele. Wenn euch was fehlt, ergänzt gerne. Noobs im Weltraum oder Noobs über Bord. Ja, das stelle ich euch vor. Hier auf der Seite steht es, habe ich euch schon vorgestellt. Kosmos, der Verlag. Drei bis fünf Personen. Zehn Jahre. Solche Rätselspiele. Richtig schön gemacht mit verdeckten Informationen, wo man aber gleichzeitig agiert, man nicht alles verraten darf, was man auf seiner Hand hat, aber gleichzeitig auch in einem gewissen Zeitdruck auch das Ganze absolvieren muss. Das ist sicherlich auch ein Spiel als Kandidat. Da haben vielleicht einige Punkte dagegen gesprochen. Schön ist auf jeden Fall, dass es eine Fortsetzung gibt, aber es ist ein Spiel, was man auch nur einmalig dann absolviert. Vielleicht war das dann auch zu wenig, dass man sagt, für ein einmaliges Spiel, dass man das dann auf eine Liste dann bringt. Mit einer Spielzeit, ja, durchaus unterschiedlich. So eine Stunde. Man hat verschiedene Level, die man aktiviert, aber vielleicht dann etwas zu kurz. Ja, Unlock ist auch kurz und das hast du auch genannt. Kann man ja auch nur einmal spielen, aber bei Noobs ist es vielleicht auch ähnlich. Der Bereich, da muss man auch mal schauen. Es gibt ja ein neues Noobs, wie sich die Reihe entwickelt. Warten wir erst einmal ab. Unlock hat sich ja auch erst entwickelt und gab jetzt Jahre später diesen Preis. Hängt auch davon ab, was Noobs draus macht, wenn es so erfolgreich dann ist. Ja, dann habe ich noch Spiele, ja, Welcome to the Moon, habe ich jetzt beispielsweise auch so auf einer Liste gesehen, aber auch von diesem Spiel hat man ein bisschen wenig gehört. Da gibt es mittlerweile auch viele Boxen, Pegasus-Spiele, der Verlag und das Spiel natürlich auch, was den Mechanismus angeht, durchaus innovativ, zumal man es auch sehr gut Solo oder gut Solo spielen kann, für 1 bis 6 Personen, durchaus ansprechend. Aber bei dem Welcome to the Moon, da gab es schon so viele Boxen, irgendwie so gehypt wird es nicht. Und gehypt, zu sehr gehypt wird es aus meiner Sicht. Eher schlafende Götter, Schwerkraft, das habe ich bisher groß, nee, nicht erwähnt, weil es ist ein Kampagnen-Spiel, ich habe es nicht eilig mit dem Spiel. Vielleicht kommt das Video in einem Jahr, in zwei Jahren, ich habe keine Ahnung, ich muss das jetzt nicht mit aller Gewalt durchspielen, um euch das Video zu zeigen, da habe ich es jetzt wirklich nicht eilig. Hat natürlich einen stattlichen Preis, aber gerade die Spiele von Ryan Lockhart, die schaut man sich gerne an für 1 bis 4 Personen und es ist ein Atlas-Spiel, weil jede Seite im Atlas zeigt einen kleinen Teil der Welt, die ihr erkunden könnt. Richtig schön gemacht, richtig gut gemacht, mit Vor- und Nachteil bei diesem Spiel, aber doch dann wieder, was das Niveau angeht, da ist es beim Kennerspiel raus. Redlands, Grim Spire haben viele sicherlich auch auf der Liste gehabt, ich habe es auch vorgestellt, ich war nicht so begeistert, ich weiß nicht, bei mir hat es nicht gezündet, vielleicht hatte ich die, einfach die falschen Mitspieler immer am Tisch oder ich war einfach der falsche Mitspieler am Tisch und den anderen hat es gefallen, nee, also bei uns hat es jetzt nicht so überzeugt, Redlands ist aber international sehr belebt und da sage ich immer, lasst euch jetzt nicht immer von meiner Meinung blenden, bildet euch gerne eure eigene Meinung, weil Redlands ist ein erfolgreiches Spiel, nur weil es bei mir nicht gezündet hat, heißt ja nicht, dass es euch nicht gefallen muss, aber es hat mir mit der Verteidigung der einzigen Lager, die man hier macht, mit feindlichen Lager, es hat dann bei mir nicht so gezündet, dass ich sage, nee, also für uns so eine Liste nicht. Bier und Brad wäre doch auch ein schönes Spiel, dass man mit Bier und Brot, Brezel dann rein spaziert und so ein Spiel dann auf eine Liste setzt, Deep Print beziehungsweise Pegasus Spiele für zwei Personen, ja, das wäre doch durchaus was für eine Liste gewesen, als Empfehlung, dass man sagt, wir haben jetzt nochmal ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel, ich habe ja auch Splendor Duel erwähnt als Familienspiel, beziehungsweise Spiel des Jahres als eine Empfehlung, wäre ja auch was gewesen, aber Bier und Brad ist ein gutes Spiel, ein Kennerspiel, steht sogar drauf, Kennerspiel, also die haben es sogar nochmal tituliert, es ist ein gutes Spiel, jetzt wiederhole ich mich wieder mit Gut, ich habe das schon hundertmal wiederholt, wie das eine oder andere Wörtchen auch, ihr wisst ja auch, aber Gut reicht nicht aus, es muss schon was Besonderes sein und es war ein starker Jahrgang und da reicht dieses Spiel nicht aus. Man sieht es nicht, da hinten steht es auf der Seite, Chocolate Factory, das wäre für mich auch ein Kandidat gewesen, ist es aber jetzt noch in diesem Zeitraum dann drin, Skelle Games weiß das sicherlich auch mehr, ist es in diesem Zeitfinster drin, vor ein paar Jahren habe ich es euch als englische Version in Kürze vorgestellt, mittlerweile auch als deutsche Version verfügbar, passt in das Raster, da Standard Version, Deluxe Version, 1 bis 4 Personen, 10 Jahre, das ist ein richtig schönes Spiel, wo ihr eure eigene Schokoladenfabrik habt, ihr holt euch die Maschinen, produziert Schokolade in unterschiedlicher Form, wählt euch Personen, die euch helfen bei den unterschiedlichen Aktionen, ihr spielt es über eine gewisse Anzahl von Runden und versucht natürlich das meiste Geld, die meisten Punkte herauszuholen. Richtig schön thematisch, ein richtig gutes Kennerspiel und wenn ihr die Deluxe Version habt, dann habt ihr sogar noch ergänzende Karten, die braucht ihr nicht unbedingt, aber das ist ein Spiel, das hätte ich jetzt auch durchaus auf so eine Empfehlungsliste gesetzt, weil das Spiel ist richtig gut, vielleicht ist da auch das Zeitfenster der Punkt und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt schon so viele gute Spiele, teilweise sehr gute Spiele präsentiert habe, dass einfach viele durch den Sieb fallen und es vielleicht kleine Punkte sind, die es dann nicht schaffen, auf so eine Liste, auf so eine Empfehlungsliste beziehungsweise auf so eine so hohe oder so große Nominierungsliste zu landen, wobei groß sind insgesamt fünf Spiele, ich habe es ja am Anfang erwähnt und das Video hat jetzt auch wieder den Rahmen gesprengt, glaube ich, an dieser Stelle, was fehlt euch, habe ich alles gesagt, wo seid ihr meiner Meinung, wo seid ihr nicht meiner Meinung und insbesondere natürlich die Frage, hat euch die Art und Weise gefallen, wie ich euch das jetzt präsentiert habe, ich wollte am Anfang nicht in die Glaskugel schauen, ich habe das mir schon im Vorfeld dann zusammengereimt und wollte erst einmal warten, was die Jury präsentiert und dann meine Meinung dazu geben, das habe ich an dieser Stelle gemacht, vielleicht fehlt das eine oder andere Spiel, aber ich habe jetzt noch das, ja, irgendwann muss man natürlich auch einen Punkt finden, ich habe euch jetzt so viele Spiele gezeigt und wünsche euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß und freue mich auf jeden Fall über eure Rückinfo und wie gesagt, zu vielen der Spiele, da gibt es schon Videos beziehungsweise folgen Videos, was die ganzen Kandidaten angeht auf der Liste, da gibt es auf jeden Fall schon alle Videos, das sind Kürze, das sind Länge, ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.